Neu eingetroffene Leben steht hinter mir. Ein perfekter G63 AMG, 5,5 Liter V8, 571 PS, 63.000 gelaufen, aus Erstzulassung 2017, deutsche Erstaufslieferung, wirklich perfekter Zustand. Komm, guck uns das Fahrzeug einmal im Detail an. Wir haben AMG Night-Paket, 21 Zoll Leichtmetallfelgen. Das Fahrzeug ist V8 mit Schiebedach, wirklich top ausgestattet. Carbon-Interieur-Paket, Rückfahrkamera, sehr, sehr gepflegter Zustand. Eine Anhängerkupplung haben wir. Sieht immer noch bullig aus. Was soll er kosten? Das Fahrzeug kostet bei uns 83.950 Euro. Falls du einen V8 Geländefahrzeug suchst, dann ist der G63, den wir aktuell im Bestand haben, eventuell dein richtiges Fahrzeug. Vielleicht bist du an einer Finanzierung interessiert. Wir bieten über die Santander sehr gute Konditionen an. Eventuell hättest du noch ein anderes Fahrzeug, den du als in Zahlungnahme abgeben möchtest und den würden wir zum Bestpreis aufkaufen. Und wenn ich jetzt dein Interesse geweckt habe, rufst du an oder am besten kommst du vorbei. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und man sieht sich im nächsten Video. Ciao! Ciao!